Hallo zusammen, willkommen wieder bei Smash Brothers. Ich spiele hier jetzt ein 1 gegen 1. Ich nehme Pummeluf. Und gegen wen kämpfen wir? Das werden wir gleich sehen. Kannst du gut mit Pummeluf? Ja, ehrlich gesagt schon. Gut. Na dann, ein Toon Link. Opening. Was macht der da? Was ist denn? Du bist echt gut. Mit Pummeluf. Hohoho. Volle Breitseite. Jetzt flieg schon endlich weg. Oh, der ist... Er ist hartnäckig, genau wie ich. Wenn du jetzt nicht... Na, also geht doch. Oh, das war gut. Boah. Aber ich muss sagen, du bist mit Pummeluf echt richtig gut. Na. Obwohl ich... Der meine berühmte Pummeluf ist so einer von den Charakteren, die immer außen vor bleiben. Also... Haha. Selbstmord. Also es nie geschafft haben, irgendwie im Vordergrund zu stehen. Ja. Wahrscheinlich. Naja, du kennst doch das Sprichwort. Urteile Nierenbuchen aus seinem Äußeren. Und jetzt sage ich... Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.